Bei der nächsten Debatte könnte es sein, dass wir nicht alles verstehen, denn es geht um die europäische Sprachenkarte und den Schutz von Minderheitensprachen. Initiert wurde das vom Parlamentskreis Plattdeutsch hier im Deutschen Bundestag. Und die Abgeordneten sind nämlich aufgerufen, ihre Rede in ihrer Minderheitensprache zu halten, wenn sie denn eine solche haben. Und der erste Redner ist Johann Saathoff, der auch schon hier Berühmtheit erlangt hat, als er einmal auf Platt eine Rede gehalten hat. Er ist eigentlich parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium des Innern, hat sich aber jetzt auch schon zu seiner Fraktion gesetzt. Das heißt, er spricht hier als SPD-Abgeordneter aus Ostfriesland. Ja, moin hochgeachtete Präsidentin, leif Kolleginnen und Kollegen. Muss ich sagen, was bin ich lieb, dass wir für Dach miteinander auf Platt, Rechtskarten auf Platt praten können. Und nicht nur auf Platt, sondern auch auf Platt. Und das ist auf meine Sicht ein halbesünder Privileg, den wir für Dach haben. Und das haben wir der Europäischen Sprachenkarte zu verdanken. Für Dach für fünf Jahre, nicht auf Dach genau, habe ich hier einmal stören. Und man kann sagen, eigentlich auf illegale, wie es Plattbrot damals hieß. Und ich habe einen Antrag, der auf meine Sicht immer noch bedürfenswert ist. Was von Rechten sieht im Parlament und angenommen, wo das Drunggung, das Deutsch als Landessprache bloß noch die einzige Sprache wählen soll. Wenn wir auf Platt praten, dann praten wir das, weil wir das 24. Jubiläum der Europäischen Karte von Regional- und Minderheitensprachen haben, des Europarats. Wir praten Nightblood auf Platt, wir praten auch auf Dänisch, Obersorbisch, Niedersorbisch. Und ich weiß, dass wir auf Tribüne, Oglühhem, von Lausitz, Meier-Waldstein hätten wir drauf hinwiesen. Herzlich willkommen bei uns. Ob Saatafriedisch und Romanes. Und wenn ich in Widerhänden in meinen Brot, Dörfern-Utgar, dass ich immer Blut-over-Plattbrot, dann meine ich diese Sprachen sozusagen in Gedanken mit. Herr Kollege Saathoff, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der FDP-Fraktion? Frau Präsidentin, es ist mir eine große Freude. Werte Kollegen, ich kann Sie nicht verstehen. Das finde ich ein bisschen komisch, dass Sie mich nicht verstehen, wenn Sie in Holland geplant haben. Aber ich beihöre gerne an, anschließend gab ich noch mal zusammen das Protokoll und ich wiesöre, wo das geht. Und dann kriegen Sie aus Freiske in die Gnade anschließend. Ich war es ja nun nicht gerade, wie ich von dem Parlamentskreis plattdeutsch unterbrochen. Und da an dieser Stelle, besten Dank an Güte Jensen, wie beide haben die Idee gehabt, Mensch, lasst uns doch einen Parlamentskreis machen und lasst uns zusammenkommen, wo wir platt und andere Sprachen auch fördern können. Und wir sind der Meinung im Parlamentskreis, dass platt und heilleben hört. Also von Kindertagesstätte auf an. Ob ich gaul, wie Gerichten, heil wichtig, wenn man blott platt kann und dann plötzlich in Fremdsprache ist. Ob Rathusen, in Kultur, in Plechheimen, ist heil besonders wichtig, ob meine Sicht. Und ob Arbeit. Und wo ist uns Arbeit? Hier im Deutschen Bundestag. Deswegen progen wir hier für Dachau platt. Und uns ist auch wichtig, dass wir den Lüder taug animieren, dass der auch Sürgens platt progen will. Wir sagen, pro doch platt, auf startet das. Denn gibt kein Verkehrtplatt. Ich habe Facklüge getroffen, die da meinen, sie braucht nicht Reachtplatt. Gibt kein Reacht und Verkehrtplatt. Gibt duzend Arten von Platt, die man auch verstanden kann. Und deswegen, denkt dran, pro platt, wenn die das einige machen können. Und die, die das einige machen können, nicht bloß pro und auch platt denken, ist die Kunst. Und das ist wichtig, dass Hochdeutsch, letzten Endes, Neid, das non plus ultra ist. Sondern, dass das Frauen mal Lüge geben hätten. Ich habe das in Schaul zumindest morgen. Dass, wenn man den Hochdeutsch hört, dass man dann doch, den kann eigentlich bloß platt progen. Und dass man da den Nadeilen hat. Das ist Neid erlaubt. Und das will wie Neid, dass das in Gesellschaft gibt. Und ich will an das so stehen sagen, man kann auch platt lernen. In Schaul, in Universitäten, auch in Volkshochschaul, wenn man das will. Und wer nun neid, sie einen Hux verlaten will und platt lernen, den kann letzten Endes so eine App-Runde laden für das. Aus freies Gelandschaft hat eine Platino-App. Und da kann man platt lernen, wenn es hier langweilig wird, kann man das machen. Und ich will an das so stehen und mal sagen, Begrieben und Verstanden sind zwei unterschiedliche Dinge. Oder wo wie Fack in der Gemeinderat sagt, Ich verstehe die Wallmann, ich begrieb die Neid. Minderheitensprachen sind nämlich ein Teil von Heimat. Und den Begriff Heimat kann man auch verkehrt verstehen. Und das ist uns parlamentarische Aufgabe dafür zu sorgen, dass bestimmte Lü, Neid dafür zu sorgen, dass Heimat Hörbegriff ist. Uns Begriff von Heimat ist, dass wir zusammen uns entwickeln, dass wir zusammen was wollen, dass wir friedlich miteinander leben wollen, dass wir vorankommen zusammen. Mein Heimat ist aus Freisland, aber nicht so auch Niedersachsen, nicht so auch Deutschland, nicht so auch Europa. Und wir laden uns, wir laden ein Tau, das Heimat auf Grenzwort, das in Liby braucht Wort, dass sie mehr wert sind als anderen, sondern wir will ein Heimatbegriff, wo wir zusammenkommen und uns Gesellschaft gestalten. Abschließend, Frau Präsidentin Morikmi von Harten bedanken, wie all die Lü, die sich für plattdütsche Sprache und für die anderen Minderheitensprachen insetzen. Wie uns in Ostfriesland ist das Ostfriesgetal-Taubeispiel, aber all die Lü, die durch dich was leisten für die plattdütsche Sprache und für die anderen Minderheitensprache, die sind für die Tribüne. Kompliment an jou Arbeit und besten Dank an Stenografische Dienst. Ich kann neidversprechen, dass ich nooit mehr platt hier baut, aber nächste Rede von mir ist, ob Hochdeutsch, da ist gesproken. Besten Dank für Tau hören und Moin. Johann Saathoff war das, hat sich hier auch noch mal beim Stenografischen Dienst bedankt, die doch jetzt sehr konzentriert arbeiten müssen. Und man sieht das auch daran, normalerweise sitzen hier nur zwei Vertreter, Vertreter dieses Dienstes, dass jetzt sich hier vier nebeneinander gesetzt haben, um das aufzuschreiben, dürfte auch daran liegen, dass es eben nicht so einfach ist, wohl auch nicht bei der nächsten Rednerin. Astrid Damoro kommt nämlich aus Nordfriesland und spricht jetzt für die Unionsfraktion. Frau Präsidentin, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Minderheiten auf der Tribüne, vor allem die Nordfriesen, bitte ich darum, jetzt sehr stark zu sein, weil ich werde die ersten eineinhalb Minuten in Friesisch sprechen. Lief Völkens, ich freue mich. Das ist ein ganz besonderer Dei. Vor Jahrs, aber dort, der Herr ist brauche, hier in der Tische Bundestag, obmerksamkeit vor, dass es in Dütlich ticken. Und das ist für mich selbst. Aber dort, ich die Linke, meine erste Rede, in der Frau Schule. Dort ist es mir besonders wichtig. Und das ist eine gute Ehre. Lief Völkens, ich denke, ich kann einen Tisch lernen, man stült, aber ich meine Sprache, Politik, kieke. Wie war so aus, auch, dass all den Ort noch fallen zu dauernd ist. Wie Brücke Mör verlet, auch ein besonders, wenn es am Giel guckt, vor der Arbe von der Mannerheide entfügt, Ich wünsche mir das Beispiel, dass alle Mannerheide sprachen und Fernsehen in ein Radio zu schönes kamen. Wie Brücke just, in ein Bildungsabend von alle Mannerheide sprachen, noch grüderer Ornsträngel. Hier ist das Däsi verhüllen von Möglichkeiten, die Mannerheide fordert Lire von Ure Spreke im Kultur. Onja Grün-Schole, Evansy bei der Hungere-Schole, Bili-Lawens-Wichti. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das war eine Mundart des Nordfriesischen. Die friesische Sprache ist ein lebendiges und kulturstiftendes, ein identitätsstiftendes Kulturgut in Nordfriesland. Die friesische Sprache ist aber auch im Saaterland, in der niederländischen Provinz Friesland, lebendig. Friesisch wird allerdings nur noch von wenigen Tausend Menschen gesprochen, ist also durchaus bedroht. Es ist mir ein Anliegen, darüber hinaus für eine bundesweite Stärkung der Wissensvermittlung über unsere vier nationalen Minderheiten und Volksgruppen und über das Niederdeutsche in all unseren Schulen in Deutschland zu werben. Als Deutscher Bundestag, liebe Kolleginnen und Kollegen, tragen wir eine große Verantwortung für alle unsere Regional- und Minderheitensprachen. Gerade in Zeiten des Ukraine-Krieges und anderer Konflikte weltweit möchte ich auch daran erinnern, dass der Schutz und die Förderung nationaler Volksgruppen und Minderheiten auch aktive Friedenspolitik sein kann. In diesem Sinne lassen Sie uns weiterhin gute Minderheiten-Politik für unser ganzes Land machen. Von Hart und Fohle-Turk. Astrid Damero war, das hat hier Nordfriesisch gesprochen, eine auch der Minderheitensprachen, die als ernsthaft bedroht gelten, sowie Sater-Friesisch und Jütländisch. Frau Präsidentin, meine liebe Kollegen und Besöker, so auf die Brünen. Ich sage zuerst einmal hartlichen Glückwunsch. Glückwunsch zu der EU-Charta für die Regional- und Minderheitensprachen zum 24. Geburtstag. Decarta hat in klaren Abgaben regional und Minderheitensprachen in der Europäischen Union schall wie plägen und wiedervermitteln. Und ein Froak, dem man sieht denn wohl Stellen muss, giftet denn nun auch was zu feiern zum 24. Geburtstag. Decarta verpflichtet all die Vertragsdaten, Minderheitensprachen, düchtig zu anerstöten und zu ungebrügt zu bringen. Sie schall nicht nur wie ein paar Lüte Hausnackt werden, sondern düchtig auch in den Schuels, in der Administration und in den Medien. Und jo, in paar Erfolgen Gifte hat sie die Karte, ob das wäre. In Radiosender in Nordirland können auch irischer Sprachen senden. Und in Norwegen können die Leute in den Krankenhäusern auch auf Samen schnacken. In meiner Biografie können sie lesen, ich habe als Studentin auch in Kork in Irland studiert. Dort können wir auch Studierenden an der Uni für ein Semester auch Irisch lernen. In der Schulen in Irland ist das Lernen von Irisch Pflicht für all Schöler und Schölersche. In Medien, Schiller an der Strode und in der Administration sind heil ob irisch in einige Gegenden in dem mittelsten Westen von Irland. Wo ist das in Verglichkeit mit der Niederdütsch? Könnte Lütt hier an der Uni Ockkursen besöken für Plattütsch? Was lernt die Lüttchen in der Schule ob Plattütsch? Wie habt ihr von Dörg den Utsberg über einen Regionalsberg, der im Norden und Nordwesten von der Bundesrepublik lange Tiet von Bannigfehle Lütt schnackbart? Und wo steht das von Dörg um den Plattütschensberg? Ich muss sagen, lang nicht aus Gold aus ums Irische. Ich stelle hier von Dörg und schnack vor meinen Fraktionen, denn ich habe das Dörg in meinen norddütschen Heimat lehrt zu verstohen und ich habe mal die Adas bildet aus Lüttchen dern auf Platt. Und damit bin ich schon der Einzige von 108 Teilen gröner Aufordnete, die an diesem Tag hier auf Platt schnecken wollt. Viele hier kennt das Ohnsorg-Theater in Hamburg, wo sie Theater auf Platt all Tiet kicken könnt. Das Ohnsorg kennt im meisten auch, wenn sie nicht aus Norddeutschland sind, zumindest von Namen. In der Grundschule in Hamburg lehrte Lüttchen in Elke in Generation das Lied In der Ex dein Junge mit dem Tüdelband und ich hab Molen Hamburger Fair Master sehen. Aber das war's denn auch meist. Danke. Aber das war's denn auch meist mit Platt und Scholl. Mehr Platt und Schnacken in Alltag kommt in Hamburg Tomeis nicht für. Der NDR ist im Norden Fürrieder. Wenn wir uns anklicken tun, wo die Pläge von Plattdeutsch in Norddeutschland nipp und nao und sehen kund. Elke in Doch in Weg um halb Ich tein warte Nachrichten ob Platt sind in Enneer Radio. Und sind auch in Heile stund ob Platz nackt und so und und alt wie Wecken kommt ein Hörspiel auf Platt. Über einen Internetauftritt vom Norddütschen Rundfunk könnt Sie jemals Videos und Podcasts auf Platt downloaden. Ehrlich secht, ich finde das ist nicht noch. In den letzten Sommer werden in Hamburg acht an Corona zum ersten Mal wieder die Plattdeutsch durchführt. Sie können Rathausführungen mucken auf Platt, Sie können Lesungen auf Platt besöken und Theater. Und unser Parlamentskring hätte ein Bürgers brechst und auf Platt mögt das. Wir hätten viele Leute in all die Veranstaltungen in Hamburg und den zweiten Tag auch noch Leute erfüllen können mit den vielen Bürgers die Plattdeutsch hören, klönen, pröten und schnacken wollen. Und ein Feedback das wir über den Plattdeutsch von den Lüt kriegen haben sie wird mehr Alltagsprogramm auch auf platt. Nicht nur einst und an Sonntag in Radio, wo den Mäst auch Plattdeutsche Leder spielt waren, öfters mal auch zwischen den normalen Leder B-Jaggen und Nachrichten zu aktuellen Themen auch platt, sodass dann ein Beten mehr Ton Alltags hören wird, wenn eine Lüt in Norden Radio hört oder auch den Fernseher an mögt. Da föhren mit wie was tun. Als Deutscher Bundestag hätten wir das hinkriegen, hier nur endlich in Utsbrock auch platt zu führen. Ein Stück platt im Alltag ist das. Aber auch der Utsbrock, den wir hier führen, der hätte erst ein Thema, das Blok Sülfst. Wenn hier mal in Utsbrock wäre auch platt zur Innenpolitik oder soziale Themen oder Klimapolitik, denn hätten wir einen guten Anstoß für die Platt die Sprache in Alltag in Deutschland geben. Als die Parlaments kriegen Platt wird die auf die Podenträden umfallen, damit wir das hinkriegen dohen, damit Platt die lebendige Sprache blieft und auch hier im Parlament Folk mal in Platz hat. Bitte dahin sag ich in Irisch Slorn away und auf Platt auf Wetter sehen. Danke für die Utsbrock die Klaue machen und wir hätten noch viel to doen. Man wie könnt den Geburtstag von der EU Charta auch vieren. Danke. Die Rede mit Gesangseinlage von Linda Heitmann war das Plattdeutsch ist sonst was vollkommen verschwunden. Laut Goethe Institut sprechen jetzt nur noch drei Prozent hier der deutschen Bevölkerung. Eventuell könnten wir eine weitere Rede jetzt aber auf Platt hören. Götz Frömming ist zwar für Berlin im Bundestag ist aber in Eutin geboren. Meine Damen und Herren auch wenn die Karnevalstimmung gerade auf ihrem Höhepunkt ist. Ich habe dem stenografischen Dienst zugesagt, mich des Themas ernsthaft und in einem inklusiven Hochdeutsch zu nähern. Meine Damen und Herren, die Sprache und ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, die Sprache ist gleichsam die Seele einer ethnischen Kultur. Mit diesen Worten würdigte Hartmut Koschig, der frühere Beauftragte der Bundesregierung CSU für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten die Bedeutung der Sprache für eine ethnische Minderheit. Wir erlauben uns zu ergänzen, dass dies nicht nur für ethnische Minderheit, meine Damen und Herren, sondern natürlich auch für die ethnische Mehrheit gilt. Es ist gut und richtig, dass wir heute an die Charta zum Schutz der Minderheitensprachen erinnern und es ist gut und richtig, dass Deutschland sie unterzeichnet und auch ratifiziert hat. Wie mir in Vorbereitung auf diese Rede eine ältere Dame mitteilte, schlug man noch vor wenigen Jahren im Elsass kleinen Kindern wenn sie während des Unterrichts automatisch in ihr deutsches Idiom rutschten. Diese Zeit ist zum Glück zu Ende, meine Damen und Herren. Doch muss man an dieser Stelle bemerken, dass Frankreich interessanterweise zwar die Charta unterschrieben hat, aber bis heute nicht in Kraft gesetzt und ratifiziert hat. Hier sollte vielleicht die Bundesregierung ihren Einfluss gelten machen, dass auch Frankreich diese schöne Charta unterschreibt, wenn die Bundesregierung in Frankreich noch einen Es ist schon gesagt worden, wir haben vier anerkannte nationale Minderheiten in Deutschland. Herr Saathoff, übrigens gehört das Niederdeutsche nicht zu den sprachlichen Minderheiten. Das wissen Sie, es genießt einen gewissen Schutzstatus, das ist auch in Ordnung. Und natürlich ginge dieser Schutzstatus auch nicht verloren, wenn man das Deutsche als Landessprache in unsere Verfassung aufnehmen würde. Wir finden das immer noch richtig und würden hier gerne dem Vorbild anderer Länder folgen, Minderheiten hier in Deutschland sprechen, sondern auch und das wird Sie nicht wundern, dass wir diese Rolle übernehmen, auch einmal einen Blick werfen auf das Deutsche als Minderheitensprache im Ausland. Die Zahl der deutschen Muttersprachler in nicht deutschsprachigen Ländern wird allein für Europa einschließlich Russland auf über drei Millionen geschätzt. Während frühere Bundesregierungen diesen deutschen Minderheiten noch ein hohes Maß an Aufmerksamkeit entgegenbrachten, zeigt das aktuelle Sie als Bundesregierung diese Aufgabe inzwischen vernachlässigen. Die Polen, meine Damen und Herren, fühlen sich inzwischen als Nachbarn zweiter Klasse, insbesondere im Vergleich zu Frankreich. Diese Konflikte haben inzwischen dazu geführt, dass für die deutsche Minderheit in Polen der deutschsprachige muttersprachliche Unterricht von drei Wochenstunden auf eine gekürzt wurde. Das ist den Grünen natürlich egal, weil es sich hier um Deutsche handelt. Uns ist das nicht egal, meine Damen und Herren. Deshalb haben wir uns auch eingesetzt, übrigens zusammen mit der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe, dass hier Mittel der Bundesregierung zum Einsatz kommen. Das ist inzwischen auch gelungen und wir hoffen, dass wir auf diesem Weg weitergehen und die Bundesregierung in ihren Anstrengungen nicht nachlässt. Werfen wir abschließend noch einen Blick auf das Deutsche in unserem Land. Meine Damen und Herren, die Sprache ist der Kitt einer jeden Gesellschaftssprache, Heldgesellschaft zusammen. Leider bröckelt dieser Kitt auch in unserem Land immer mehr. Es gibt inzwischen Schulklassen in Deutschland, in denen ist der Lehrer die einzige Person, die Deutsch noch als Muttersprache spricht. Der aktuelle Ländermonitor zeigt, dass in vielen Familien bis zu 30 Prozent in westdeutschen Großstädten Deutsch nicht mehr gesprochen wird zu Hause. Meine Damen und Herren, diese Entwicklung geht immer weiter und wenn wir daran nicht etwas verbessern und das als Auftrag auch für die Bildungspolitik verstehen, wird bald Deutsch zur Minderheitensprache in unserem eigenen Land werden. Wir wollen das nicht, meine Damen und Herren. Die Alternative für Deutschland setzt sich dieser Entwicklung entgegen. Vielen Dank. Götz Frömming war das für die AfD-Fraktion und Gilde Jensen von der FDP-Fraktion wurde auch schon hier angesprochen, weil sie eine der Initiatorinnen ist dieser Debatte. Sie kommt aus Nordfriesland. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Dr. Frömming, Ihr Problem ist ja nicht der stenografische Dienst, sondern dass Sie die Sprache nicht können. Ich will jetzt wieder zu Plädische etwas switchen und muss etwas an Beginn sagen. Mein Sprache, die ich jetzt schnacken da, schnack ich sonst eigentlich mit meinen Ölern an dem Ambrotstisch. Wir schnacken nicht über Politik so viel, aber ich muss sagen, das sollte vielleicht mehr mocken. Eigentlich sagt man nicht sehr in Plädische, wir Das moche ich natürlich nicht, Frau Präsidentin, das moche ich aber hier auch gern mocken. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass wir diese Debatte hören können. Vielen Dank an alle, die dort zu Biedregen haben, dass wir das mocken können. Nicht nur, um mal so eine Bette Stimmung in das Parlament zu bringen, das ist auch manchmal wichtig, Johann, sondern, weil das ein wichtiges Thema ist. 2008 Teile haben Johann Satov und ich zusammen in die Ukraine reise gemeinsam mit Wolfgang in den Restaurants und haben irgendwann tofällig festgestellt, dass wir beide Platt schnacken können. Ich muss sagen, ich habe das schon so ein bisschen hört wie die. Ich kann diese wunderbare Ostfriesen Platt nicht schnacken, ich komme aus Nordfriesland. Aber wir haben uns verinbaut, wie wir in die Parlamente mögen können. Dann haben Phyllis Polat und ich zusammen ein digitales Gespräch mit das nette Deutsche Sekretariat und die jungen Lü, die auch sitzen, fällen dann, dass die auch sind. Wir haben darüber geschnackt, was kann diese Deutsche Bundestag eigentlich tun, damit diese ganze Thema mehr Abmerksamkeit kriegt. Dann käme immer wieder die Debatte rauf, das gibt doch und den Parlamentskreis Peert und Bus und Bahn und Vorrat. Warum gründen wir nicht einfach im Parlamentskreis Pladütsch? Das haben wir gemocht. Ich bin froh, dass wir das gemocht haben. Ich bin froh, dass wir im Parlamentskreis Minderheiten haben, Stefan und Denise gründen und arbeiten wie Go to Song. Ich möchte, weil ich von den Ombudstisch und in Öland vertell habe, zumindest noch Sprach. Das ist nämlich auch nicht von Geburt an wählen. Mein Vater ist Pladütsch ab Wissen. Als er in Schule kam, muss er Hoch Deutsch erst lernen. Der Muttersprach von mein Vater ist Pladütsch. Dann gibt das in Generation von meinen Ölern, wo sagt, wir nicht mit Kinder Pladütsch. Das ist vielleicht in Nordel. Wir haben vorhin in den Kreis gehört, dass es Zorlen ganz anders sind. Je mehr Sprachen, Je mehr Inflüsse Kinder kriegen, Je mehr unterschiedliche Perspektiven sie haben, desto besser. Und deshalb geht bei uns natürlich an der Westküste und auch in Ostküste in Pladütsch Fürlesewettbewerb. Ich habe eine Schule gewonnen und dann in den Kreis aber dann kam das Problem in den Kreis verloren. Die Jury fragte, woran das ging? Dann haben sie gesagt, man hört, dass ich nicht schnacken da ist. Das erste Konsequenz wäre, dass ich mein Vater nach kommen und sage, wie schnacken jetzt Pladütsch. Das ist eigentlich Schwor, weil ich habe Hochdeutsch kennenlernt, ich wusste, ich schnackt Pladütsch offensichtlich, kann ich auch Pladütsch nicht abschreiben, deswegen steht hier Hochdeutsche Begriffe und ich versuche das jetzt simultan zu übersetzen, ich weiß nicht, ob das so gut klappt. Was will ich doch sagen? Pladütsch ist, wenn man nicht gerade mit das Minderheitensekretariat oder das Niederdütsch Sekretariat schnacken dait, Pladütsch ist ein Sprach von Alltag, von Lüt. Wenn ich an Westküsse wie spazieren Gordern droppig Lüt und sich mollen und die schnacken dem Mocken sich aber kein Gedanken darüber das ist gerade Pladütschnacken die doht das einfach und das ist der Innerschild und ich muss das nur düdlich Mocken natürlich schnacken die Hüt hier war regional und Minderheitensprocken und darüber wie könnt wie diese Sprocken schützen aber wie mögen das Ugtun Alltag kommen dass das alltäglich war dass Kinder sagen Papa ich möchte auch Plattdeutsch mit dir sprechen oder wo kann ich das lernen wie man dahin kommen dass Tonys die Kassette die Figuren beschnackt waren damit Kinder Plattdeutsch hören können Sprachenvielfalt in Deutschland ist Rieg das sind nicht nur die Minderheiten und Regionalsprachen das klingt ukrainisch und vietnamesisch und polnisch diese Riektum der wir hemmen in Deutschland der mögen wir schützen und bewahren und fortentwickeln das ist der Ort wie wir auf die Welt klicken und das allerletzte was ich sagen muss Frau Präsidentin weil ich mutter und Schluss kommen obwohl Plattdeutsch eigentlich immer schnell und auf Punkt kommen wie uns in Parlamentskreis Plattdeutsch sind noch Plätze fring und wie freut uns sehr der nächste Parlamentskreis mit Jem to Somme to Mocken man mutt nicht Plattdeutsch nacken dafür man kann einfach für Bikom mit uns einen Tass Kaffee trinken vielen Dank der Peter Tüt Mocken und ich freue mich auf wieder Debatte Zum Schluss hier noch eine Einladung von Güde Jensen doch in den noch recht neu gegründeten Parlamentskreis Plattdeutsch dazuzukommen und damit kommen wir zur nächsten Rednerin Petra Pau Berlinerin Berliner Abgeordnete für die Links Fraktion Sehr geehrte Frau Präsidentin liebe Kolleginnen und Kollegen werte Gäste in dieser Debatte geht es um die EU Charta der Regional und Minderheitensprachen sie wurde vor 25 Jahren vereinbart aber nicht das Jubiläum sollte Anlass für diese Aussprache sein vielmehr ist es nach einem Vierteljahrhundert seither geboten der Frage nachzugehen wie steht es eigentlich mit der Umsetzung der Karte Die Linke versteht die Bundesrepublik Deutschland auch als eine multikulturelle Demokratie die nicht deutschnational borniert ist deshalb begrüßen wir auch diese EU Karte sie betrifft die regional und Minderheitensprachen dänisch in drei Varianten zudem obersorbisch niedersorbisch nordfriesisch satafriesisch und romanisch sie alle sind als teil unserer kultur zu fördern dem hat die linke immer zugestimmt und zugleich frage ich warum gehört eigentlich jüdisch noch immer nicht dazu hinzu kommt der Begriff Regionalsprachen verleitet dazu die damit verbundenen Kulturen auch nur regional zu vermitteln und nicht bundesweit das beklagt übrigens auch der Minderheitenrat die Lausitzer Sorben die deutschen Sinti und Roma die dänische Minderheit und die frisische Volksgruppe in einem aktuellen Schreiben an die Kultusminister Konferenz wir die linke teilen das Ansinnen dieses Schreibens auch Sachsen sollten etwas über Friesen wissen und Hamburger über Sorben und so weiter kurzum die Kultur der Minderheiten sollte bundesweit vermittelt werden und übrigens die Förderung der Kultur und der Sprachen muss ich zum Schluss auch im Haushalt niederschlagen in der Aus- und Weiterbildung von Erzieherinnen und Erziehern Lehrerinnen und Lehrern und auch darüber hinaus auch das gehört mit dazu nun wurde ja im Vorfeld der Debatte empfohlen alle jene die eine Minderheitensprache beherrschen mögen ihren Beitrag in dieser halten das wäre bemerkenswert und wir haben es hier heute ja auch schon gehört ich muss sie enttäuschen ich kann weder frisisch noch platt bleibt die Frage ob wir nicht noch mehr auch sprachliche Minderheiten in der Bundesrepublik haben die Beachtung verdienen ich als Ostdeutsche muss noch immer Bräuler oder Datsche und manchmal auch POS übersetzen ich denke alle die eine polytechnische Oberschule besucht haben wissen wovon ich spreche aber so ist das mit der Kultur und der Bildung ich denke wir sollten dafür sorgen dass das nicht nur in unserem Selbstverständnis unseren gemeinsamen Reichtum ausmacht und wir sollten es gemeinsam befördern Petra Pau war das auf sie folgt nun Nathalie Pavlik sie ist die Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfrauen und nationale Minderheiten und Mitglied der SPD Fraktion sehr geehrte Frau Präsidentin liebe Kolleginnen und Kollegen verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer ich spreche zwar Hochdeutsch doch die Kultur und Sprache von abtonen Minderheiten und Regionen sichtbarer zu machen sie zu schützen und zu fördern das liegt mir als Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten sehr am Herzen deswegen freue ich mich sehr dass wir heute dieses Thema hier im Plenum diskutieren als Muttersprache vieler Menschen in Deutschland sind die Regional- und Minderheitensprachen für die Angehörigen der Minderheit aber auch für unsere gesamte Gesellschaft prägend Sprache ist zudem wichtig um Kultur Brauchtum und Traditionen weiterzugeben denn das geht am besten mit der Sprache mit der diese Bräuche und Traditionen untrennbar verknüpft sind zusammen mit dem Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten ist die Sprachencharta die zentrale Vereinbarung in Europa um nationale Minderheiten und ihre spezifischen Sprachen sowie Regionalsprachen zu bewahren und zu fördern bei meinen verschiedenen Besuchen in den Siedlungsgebieten der einzelnen Sprachgruppen und dem persönlichen Austausch mit den Menschen vor Ort hat mich deren oft ehrenamtliches Engagement für den Erhalt und die Pflege der Sprache immens beeindruckt gerne möchte ich Ihnen hier ein paar Eindrücke aus dem Alltag schildern dazu gehören zum Beispiel alten Pflegeeinrichtungen in denen das Niederdeutsche fest im Alltag verankert wurde das Angebot reicht von gemeinsamen Singen Vorlesen auf Plattdeutsch bis hin zur Berücksichtigung der Sprache bei der Biografiearbeit und der Betreuung von Pflegebedürftigen denn für sie ist Plattdeutsch die Sprache ihrer Kindheit in der sie ihre Gedanken und Gefühle am besten ausdrücken können auch im Kunst- und Kulturbereich sind unsere regionalen Minderheiten sprachen fest verankert zum Beispiel durch die große Szene der niederdeutschen Bühnen oder durch das Sorbisch-Nationalensemble das nicht nur in Bautzen sondern überregional ein mitreißendes Angebot für alle Generationen bereithält im Gedichtband Jimbalmissa wurden klassische deutsche Gedichte ins Romanes übersetzt der Gedanke dahinter ist es das Bewusstsein für die Bedeutung der Sprache und Kultur zu stärken und das mit Erfolg die Jimbalmissa zeigt anschaulich wie lebendig und vielfältig das Romanes ist Nordfriesisch und Saterfriesisch sind auf den zweisprachigen Ortseingangsschildern in Nordfriesland und im Saterland öffentlich präsent auch in der Lausitz bemerkt man auch dank der zweisprachigen Schildern an den Straßen den Ortseingängen und den Radwegen dass dort Sorben und Wänden mit ihren Sprachen Obersorbisch und Niedersorbisch traditionell beheimatet sind der Austausch zwischen Mehrheits- und Minderheitensprachen der Austausch zwischen den dazugehörigen Kulturen die nebeneinander eigenständig existieren ist für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft essentiell ganz besonders wichtige Orte der Begegnung und des alltäglichen Austauschs sind zum Beispiel die dänischen Schulen und Kindergärten in Schleswig-Holstein dort lernen schon die Kleinsten das friedliche Zusammenleben von Mehrheits- und Minderheitengesellschaft auch an der Grundschule in Scharell im Saaterland habe ich erleben dürfen wie Kinder mit den unterschiedlichsten Hintergründen und Herkünften voller Motivation gemeinsam friesisch lernen liebe Kolleginnen und Kollegen diese Beispiele zeigen eindrucksvoll Minderheitensprachen sind wirklich lebendig sie sind Ausdruck von Vielfalt für die Sprechenden sind sie Teil ihrer kulturellen Identität für uns alle sind sie einzigartiger Bestandteil des kulturellen Lebens in Deutschland und in Europa sie zu erhalten und zu fördern das gilt es jetzt vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Nathalie Papplik war das für die SPD Fraktion nächster Redner ist Christoph de Vries von der Unionsfraktion er ist auch Vorsitzender der Gruppe der Vertriebenen Aussiedler und deutschen Minderheiten der Union Frau Präsidentin liebe Kolleginnen und Kollegen ich snag leider kein pladitsch auf schon es min fahrer fair platt ordnen snag habe ich ein wichtiges Thema mitbracht aber das mache ich jetzt mal in Hochdeutsch und ich möchte einsteigen mit dem Koalitionsvertrag dort heißt es die nationalen Minderheiten sind selbstverständlicher Teil unserer vielfältigen Gesellschaft das gleiche gilt für das kulturelle Erbe der Vertriebenen Aussiedlerinnen und Aussiedler und der Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler diesen beiden Sätzen im Koalitionsvertrag ist im Grunde nichts hinzuzufügen wir unterstützen sie vollumfänglich und wie wir wissen hat sich die FDP gerade für den zweiten Satz stark gemacht und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch mal ausdrücklich Dank sagen dafür dass sie das mit aufgenommen haben aber was sind wir haben viel gesprochen aber was sind die konkreten vorhabende Regierung bei der Förderung der vier Minderheiten sprachen man weiß es nicht im Koalitionsvertrag findet sich dazu jedenfalls kein Wort und was ganz bemerkenswert ist das habe ich in der Vorbereitung gesehen dass die aktuelle Publikation des Bundesinnenministeriums zu den nationalen Minderheiten in Deutschland den Stand November 2020 trägt also gut zweieinhalb Jahre ist es her im Vorwort steht noch immer Bundesinnenminister Horst Seehofer den ich an dieser Stelle herzlich grüßen möchte dafür also man merkt dieser Enthusiasmus den wir heute in der Debatte haben der kann ruhig auch noch Eingang finden in die Regierungsarbeit aber was diese Debatte ja zeigt ist dass für jede Minderheit die jeweils eigene Sprache identitätsstiftend ist und die Europäische Charta von 1992 bildet dafür gemeinsam mit dem Rahmenabkommen zum Schutz nationaler Minderheiten die wichtigste Grundlage zum Schutz autochtoner Mehrheiten und Minderheiten und ihrer Sprachen in Europa aber wie sieht die Wirklichkeit aus in Europa es ist ausgerechnet der Sachverständigen Ausschuss der EU Charta gewesen der als eine der ersten Institutionen auf die massiven Einschränkungen des muttersprachlichen Deutschunterrichts in Polen aufmerksam gemacht hat und viele wissen es vielleicht durch Verordnung seit 1. September letzten Jahres ist der muttersprachliche Deutschunterricht von drei auf eine Wochenstunde gekürzt worden eine einzige Wochenstunde die gelehrt wird und 50.000 Kinder der deutschen Minderheit in Polen sind davon betroffen von diesen Einschränkungen und ist die einzige Minderheit die in dieser Form betroffen ist liebe Kolleginnen und Kollegen aus unserer Sicht ist das eine eindeutige Diskriminierung und auch ein eklatanter Verstoß gegen die EU Charta und deswegen muss das an dieser Stelle heute auch einmal angesprochen werden ich will dabei aber auch herzlich Dank sagen an die 14 nationalen Minderheiten in Polen darunter auch die jüdischen und die ukrainischen Vertreter die sich solidarisch erklärt haben mit der deutschen Minderheit und das kritisiert haben denn sie haben eins sofort verstanden im Kern geht es um den Fortbestand der Minderheit in Polen diese Einschnitte bedrohen die kulturelle Identität der deutschen Minderheit und glücklicherweise teilt diese Bewertung auch die Bundesregierung ich freue mich deshalb sehr dass die Bundesregierung einen Teil dieser Kürzungen versucht hat zu kompensieren mit 5 Millionen der Kollege Dietmar Nithan von der SPD hat sich auch hier sehr großartig engagiert aber es zeichnet sich leider jetzt schon ab dass diese Mittel nicht reichen werden und dass auch ihre Verwendung noch mal überprüft werden muss hinsichtlich der flexiblen Gestaltung dasselbe gilt übrigens auch für die verstärkte Förderung des polnischen Unterrichts wiederum in Deutschland durch die Bundesregierung über Kokopol in Sachsen auch hier glaube ich müssen wir noch mal ran politisch ist aber eins ganz entscheidend das will ich am Ende sagen nämlich dass die polnische Regierung ihren Beschluss zur Einschränkung des muttersprachlichen Deutschunterrichts revidiert das ist unsere Forderung als CDU CSU Fraktion und die möchte ich heute deswegen auch vortragen und wer auf deutscher Seite den Kampf gegen Diskriminierung zum erklärten Ziel seiner Innen- und Außenpolitik macht der muss sich eben auch daran messen lassen wie ernsthaft man sich auf Ministerebene für die Rechte von Kindern der deutschen Minderheit im Ausland einsetzt Vielen Dank Christoph de Vries war das für die Unionsfraktion und falls Sie bis jetzt dachten das geht das verstehe ich doch alles ganz gut jetzt kommt Stefan Seidler vom Südschleswigischen Wählerverband und er hat schon angekündigt Teile seiner Rede auf Dänisch zu halten Frau Präsidentin Moin Liefsche Kollege Fjord Manderheide Bade Datjam Tohake Da san alt Tumole in Schleswig Holstein Die Linh As Jan Jedi Dat is O Tremeti Das war Nordfriesisch Lebe Aufordnete Lebe Junge Plattschnackers der Bohn auf die Tribün Dat wie hüt über uns spruch und unsere Minderhäten schnacken ist just in Düsetit in richtig Signal In Theken So Tellt uns In Junge Froh Dat Sie In Schole Mit Jümmer Süstern Platitsch Und Fräsch schnackt Das Säde Leer Dat Sie damit Ob Hollens Schal Döse Sprache hört sich Tumpig An Und Dormit kriegt Sie Keinen Job Wenn Sie Grode ist Wat Fün Dum Tüch Dat Mut Rud Oder Köp Dormit Könnt Wieso Helpen Dat Die Bund Zentral Für Politische Bildung Mehr Über Regionale Sprachen Und Minderhäten Obklort Wir Könnt Ocken Lüten Aber Bannig Wichtig Teken Setten Wenn In Beten Informations Material Über Uns Arbeit Im Bund In Blotzen Lücken Stück Ob Pladütsch Freisch Romaness Sorbisch Und All Der Anderen Regionalen Sprachen To Finden Sind Und Liebe Kolleginnen Und Kollegen Auf Hochdeutsch Als Minderheiten Vertreter Hier im Bundestag Freut Es Mich Besonders Dass Das Namensrecht Und Das Gerichtsverfassungsgesetz Jetzt Minderheit Konform Angepasst Werden Zum Schluss Auf Dänisch Wie Minder Zellst Sam Arbeiter Vores mindretalsmodel Og det dansk-tyske Grænseland Er et forbillede For andre I verden Lad os derfor I fællesskab Blive endnu bedre Til at leve op Til dette ansvar Mange tak For jeres opmærksomhed Vielen Dank Fyre Ire afmærksomhed Og Vielen Dank Anni Stenograf Stefan Seidler War das Er hatte Schon Im Vorfeld Gesagt Dass Er Am Meiten Respekt Vor Dem Friesischen Part Habe Davor Hatte Er Ein Bisschen Muffen Sausen Weil Das Nicht Seine Muttersprache gewesen Seil Er Wollte Extra Ein Bisschen Lernen Für Die Rede Das Hat sich Wohl Gelohnt Simona Kuhs Nun Für Die SPD Fraktion Sejona Kneni Präsidenka Sejone Knenje Aknese Satska Res Yoshiva Die Sorbische Sprache Lebt Ich Selbst Spreche Nicht Niedersorbisch Aber Sie Sollten Es Heute Einmal Gehört Haben Die Stärkung Der Minderheitensprachen Bedeutet Für Die Letzten Sprecherinnen Und Sprecher Immer Auch Ein Gewinn An Selbstvertrauen Zugehörigkeit Und Identität Für Die Mehrheitsgesellschaft Bedeutet Sie Mehr Kulturellen Reichtum Denn Kulturelle Und Sprachliche Vielfalt Kam Nicht Erst Durch Zuwanderung Nach Deutschland Heute Sprechen Etwa 67.000 Menschen Sorbisch Mithilfe Der Sprachen Charta Ist Das Sorbische In Den Fokus Gerückt Brandenburg Hat Den Zweiten Landesplan Zur Stärkung Der Niedersorbische Sprache Und Ein Mehrsprachigkeits Konzept Gerade Erarbeitet Sorbisch Soll Nicht Nur Gerettet Sondern Wiederbelebt Werden Es Soll Kommunikationsmittel In Allen Lebensbereichen Sein Im Beirat Stiftung Für Das Sorbische Volk Kümmern Wir Uns Um Die Förderung Digitaler Übersetzungsprogramme Wir Wollen Dass Öffentliche Online Angebote Auch In Minderheitensprachen Verfügbar Sind Und Die Digitale Spracherkennung Muss Auch Sorbisch Verstehen Und Transkribieren Können Das Das Auch Eine Frage Der Inklusion Und Es Gibt Noch So Viel Mehr Zu Tun Denken Sie Einmal An Die Krankenkassen Und Die Beschriftung Von Führerscheinen Die Post Muss Briefe Befördern Die Insorbisch Beschriftet Sind Die Förderung Der Belange Von Minderheiten Sollte Als Gemeinnützig Anerkannt Werden Unsere Ortsschilder Sind Bereits Zweisprachig Nur Die Autobahn Schilder In Verantwortung Des Bundes Die Sind Es Noch Nicht Mit Dem Programm SORJA Können Auch Erwachsene SORBisch Lernen Aber Uns Fehlen Die Sprachlehrer Es Müsste Noch Viel Mehr Weiterbildung Geben Dazu Hatte Ich Heute Übrigens Erst Ein Gespräch Mit Der Domowina Dem Bund Der Sorben Und Wenden Die Sprach Ausbildung Und Die Erforschung Von Mehrsprachigkeit Sollten Wir Weiterhin Durch Unsere Universitäre Sprachinstitute Begleiten Lassen Und Noch Ein Wunsch Möge Der Strukturwandel In Lausitz Auch Zu Einer Stärkung Der Sorbischen Sprache Und Kultur Führen Dabei Sollte Klar Sein Dass Fördermittel Auch Für Kleine Träger Unbürokratisch Und Schnell Zugänglich Sein müssen Lassen Sie Uns Gemeinsam Daran Arbeiten Und Schobnie Scheck Herzlichen Dank Simone Coos Sie hat es erwähnt Sie sitzt unter anderem auch im Parlamentarischen Beirat der Stiftung für das serbische Volk Letzter Redner nun in dieser Debatte ist Andreas Mattfeld für die Unionsfraktion Sehr geehrte Frau Präsidentin Liebe Kolleginnen Liebe Kollegen und für allen Liebe Toe Kickers Ich Hunde mal für eine ganz charmante Idee Da wir von Dorge diese Debatte zumindest Jeden die das noch so beten kann ob eine Minderheitensprock holen darf Übrigens habe ich sogar versucht ob ich das mit diesen Gendern G-Mock das von den Grünen ab und an ob ich das auch kann Aber ich kann schon sagen ob Plattisch funktioniert das einfach nicht und das ist auch gut so Und ich darf auch sagen Ich hätte mich durch die Freiheit dass unsere Fachpolitik von das Innere und von der Kultur das Gimie als plattdütschen Husserler hier von Dorge das Rederecht in Röhm hat Aber zum Beten bin ich als Husserler auch dafür verantwortlich dass wir mit 56 Millionen Minderheiten in diesem Land und vor allem ihre Sprachen hier fördern dort Und so einen Lütschen Wink habe an der Ampel Ich habe das gehört und nicht kürzen ob Gott hin Fall Deshalb darf ich das auch sagen Wie hört leider fällt selten liebe Johann Saathorff Use Platt Dützsche Sprach hier im Bundestag Obwohl in Dützschland Ich habe noch 7 Millionen Lühe Platt Dütz schnackt und davon habe sogar 2,2 Millionen ganz bannig graue Kenntnisse von Dütz Sprach Und Gerne erinnere mich daran dass ich mit meinen Freund Wolfgang Börnsen die sich um das Platt Dütz hier in unserem Plenum Platt schnacken können Ja der ein oder andere kennt den Wolfgang noch Nähdgründeten Parlamentskreis von des Platt Dützschen Abgeordneten Nun Tum Menz zum Beten unserer Heimatsprock hier in Berlin plägt und Danke liebe Güte da du das für organisiert hättest Herr Abgeordneter erlauben Sie eine Zwischenfrage aus Ihrer eigenen Fraktion Oh Das ist mal ganz was anders Ich frage mich doch Ja Vielen Dank leiver Kollege Matt das das Jede Frage To Lord Wir heft ja just von den Rechten Hort dass sie dahin sind dass die ihre Modesprache kürt und man mott ja sagen Forscher hat droht von dass die ihre Modesprache unhaugdeutsch kürt schneller im Kopf sind dass sie intelligenter sind und Modesprache das kann sie in Polnisch das kann sie in Türkisch Aramäisch oder platt Ich bin in Münsterland in Mönsterland wird platt kürt nicht mehr so viel als früher und Nordrhein-Westfalen ist ein von acht Bundesländern wo platt kürt wird Es ich einen kleinen Dotz was habe ich jeden Tag platt hört Es ich Kraut was habe ich ehemal in der Weg platt hört und nun kann ich ehemal in Monat platt hören Laiwe Kollege was können wir tun dass Urse Kinder und die jungen Lü platt kürt Oh Herr Kollege jetzt könnt Sie denken das habe ich absprungen wir nicht absprungen aber ich höre Sie hört aber das ist das Wichtige Sie hört ja dass wir in Deutschland allen anders platt hat die Johann Saathoff die hat das Friesen platt ich habe das Bremer platt und du hast Münsterländer platt und dann macht das Sprache so ein Beten lebendig aber ja was können wir tun das beste Frau Präsidentin wäre wenn wir jede Wecke eine platt Debatte hat denn das wollte ich jetzt mal sagen das platt das sorgt für grode Harmonie wie mag das doch alte hoppen das platt das führt aus den Betten zu hoppen und eh nicht mutten sagen platt als Amtssprach im Bundestag das ist doch was schön wenn wie uns in Niedersachsen seht wie Affe und an wenn das so emotional mit Ost dörk klein mal an Mors ja klein Mors hört sich doch schön an wenn ich sage aber leckt mich am A-Punkt ist das was anderes deshalb glaube ich mehr Platt Dörk in unserem Bundestag das kann höben für die Werbung für unsere Sprache und wie schüttert mehr Mocken danke die denn ich denke das ist eben für Europa nicht wichtig dass wir auch nach Boten als Politik dokumentiert dass Platt in unserem Bundestag eben und wenn ich Dialekte schnack ich kicke Ralf Edelhäuser an ich kann mich nicht verknippen und ich muss mir einen bayerischen Kollegen von Andrup hinwiesen dass man bloß Dialekt hat wie aber mit dem Platt Dörk eine anerkrankte Sprache hat das ist ganz was anders aber wie Herbert eben hört die Frage ist ja wirklich was können wir morgen damit die Minderheitensprachen eben nicht und starft sicher wie könnt Geld in den Haushalt instellen und für mich was das ja auch noch mehr die Haushaltsberatung die Stadio vor Radeur aber ich bin ganz ehrlich Geld ist wichtig Geld unterstützt aber Geld reckt alleine nicht wichtig ist dass unsere Schulen auch künftig die Kinder in Kontakt mit der Platt bringt und ich erinnere an die Platt Heimatsprach und ich traf ganz bannig Dankeseng für all die 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 engagiert und die das ganze organisiert das aller wichtigste Frau Präsidentin damit möchte ich aber dann auch fast abhören das aller wichtigste ist aber und nun kommt ein ganz ganz grobem Appell an all die taukikes Buden an die Fernsehapparate das wichtigste ist wenn sie noch so ein bettlöten Platt schnackt ein ganz klitzel betten dann doot das mit so Kinder doot mit so Enkelkinder denn blut wenn eine Sprach in unsere Familien schnackt ward dann hätte die Sprach eine reelle Chance zu überleben und wie meine Kinder erholt das sind 23 und 20 die kritisiert mich banne ich da ich nicht platt mit so Sprachen habe warum ich das nicht don have ich will da hebbenschall dann schlack ich platt mit die Enkelkinder in diesem Sinne hartlichen Dank und ich sage von dieser Stelle herzlichen Dank für diesen sprachlichen Reichtum den wir hier haben aber nicht in jeder Sitzungswoche das dann nicht so jetzt geht es ich schließe die Aussprache also das war dann doch eine Absage trotzdem war das hier eine mehr als ungewöhnliche Debatte zu der Sprachen Charta der Europäischen Charta der Regional und Minderheitensprachen die hier am 1. März den 25. Jahrestag verzeichnen konnte und die 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 Vielen Dank.